Bewegung fördert die Gesundheit und macht glücklich. Die Initiative 50 Tage Bewegung zeigt, dass Bewegung und Sport Spaß machen. Gemeinden und Sportvereine sind zur Förderung der Gesundheit wichtige Partner. Wir machen Freizeitveranstaltungen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir haben Tans und Theater, aber Einzel-Events wie Disco-Nights, Cut-Rennen, Selbstverleidigungskurse, alles was uns so einfällt. Unter dem Motto gemeinsam fit bewegt dich mit präsentiert die Initiative 50 Tage Bewegung die Vielfältigkeit von gesundheitsförderlicher Bewegung. 150 Minuten pro Woche sollten sich Erwachsene bewegen, Kinder 60 Minuten täglich. Das fördert nachweislich die Gesundheit. Wir haben ab Kindesalter schon tanzen. Also sobald sie quasi in die Schule gehen, würde ich mal sagen, sind sie für unsere Sachen bereit bis ins hohe Alter. Also genau, jeder der mit dabei sein will, darf mit dabei sein. Wer sich bewegt, stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbrennt Fett und fördert den Muskelaufbau. Bewegung und Sport ist immer wichtig, also für jeden von uns, einfach auch für die Gesundheit, für die Lebensqualität, für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es da einfach viel zu wenig Programm und deswegen wissen wir, was wir da machen und dass das eine gute Sache ist. 50 Tage Bewegung ist eine Initiative des Fonds Gesundes Österreich in Kooperation mit der Fitsport Austria GmbH, den Breitensportverbänden ASKÖ, ASFÖ und SportUnion sowie dem Verband Alpiner Vereine Österreichs.